angezockt neue folge mit beach restaurant restaurant ja nicht restaurant restaurant ist ja so ein krasses spiel wir haben keine option gerade ich kann die musik nicht leiser machen man kann hier frei spielen einfach so man kann hat hier sogar den karrieremodus das ist schon ziemlich krank karrieremodus im beach restaurant wir haben hier noch den shop mit irgendwelchen coins können wir dann hier was holen da sieht man ja noch alles in der free to play aus weil ich glaube man das ganz normale zocken bekommen halt dann das money und ich würde sagen wir fangen einfach mal an mit dem free play und gucken uns dann einfach gleich mal die karriere an oder so ja gucken wir mal ahja hi es geht ok oh gott die macht stress 119 dollar ohne cola der wilden wurst drauf haben ein bisschen käse das hier alles klar zack und weiter geht's ein patty der erste der patty haben wir wussten hier kein problem wo die ist schon genervt die ist schon genervt willst du es ein bisschen beeilen die möchte einfach den veggie burger haben mitnehmen und noch eine diät cola wie auch immer da müssen wir hier schon vorbereiten die gürtchen wo sie die kleinen gürtchen da sind die gürtchen die medos auch hier den veggie burger kann man denn so schnell genervt sein ein bisschen ketchup drauf hier zack geht's doch ah ja da war zufrieden war ich mir kurz nicht sicher hier schon mal dein getränk hier rüber der ketchup drauf zack ja falsch er kriegt hat einfach mit dem kaffee in die hand gedeutet obwohl das gar nicht erforderlich soll ok müsste passen äh die gürtchen den käse der zweimal käse schönes ding den kaffee habe ich schon wieder fast vergessen hier schon mal ein bisschen essen meine damme was möchten sie trinken kann ich ihnen schon getränk anbieten nein wir wollen nur einen burger mit ei auf wiedersehen gerne tschüss hier schon mal vorbereiten ein patty hier drauf ah äh äh da ist der patty hier hier du möchtest auch zwiebeln haben ne ja kein problem du kriegst was das was du haben willst hier noch die zwiebeln drauf ein bisschen lecker käse lass es dir schmecken mein freund und hier die kalde cola ja 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 den patty schmeiß ich sofort drauf junge und warten willst du was trinken willst du was trinken ja hier ist schon mal eine cola für dich ja könnt ihr ähm zwiebeln natürlich bisschen ketchup da ist drauf zack andere zeug hier ein bisschen ketchup ja gürkchen 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 käse und käse und fertig auf wiedersehen ihr seid brüder ihr seid die gleichen oh mein gott 10.000 dollar ist denn schluss oder was geht das schon mal hin kaffee mach ich hier sofort frisch mein freund ähm ähm ja ja das passt doch hier soweit frag mich was das da ist du kriegst ein patty ne du kriegst ein patty kein problem bisschen wir sind tomatoes oben was drauf ihr seid auch wieder zu zweit hier jetzt haben wir euch direkt so abgefuckt die leute haben gar keine geduld neutzutage guck mal willst du ein patty haben ich leg wohl schon mal ein patty drauf mal gucken ob das das funktioniert ob ich schon Zeit sparen kann und ob die leute dann abgefuckt sind hier hauen sie rein schönen tag noch ja danke oh ne guck mal das wird dann schwarz minus 15 dollar holy shish ok ok wer der druck steigt jeder spiegelei hier dann müssen wir was zu essen das getränk kommt tschau geile mucke tschau 100 dollar für den burger wer kennt es nicht der klassiker heute im angebot sogar hier schon mal ein getränk mein freund mach dir schon mal die coke auf und zum ersten mal normale gurken keine sauren gurken ich werd bescheuert ne ne hau mal ab prinz eisenherz ich kanns dem nicht geben ah ja doch hier ein paar blättchen drauf und dann sind wir auch schon fertig mit dir tja wie lange geht das jetzt hier noch so ich bereite schon mal den kaffee vor mal gucken ob wir den behalten können oder ob der kalt wird ob man das irgendwie merkt sieht oder so keine ahnung ach einfach nur ein schönes stück Fleisch drauf madame damit wir den haaren färben sieht bei dir aber auch ein bisschen komisch aus aber nichts muss ich den burger mit soße ne 80 dollar macht das nur da sind wir schnell fertig hier hast du den kalten burger wir machen ja nur das fleisch scheiße der rest ist hier schön kalt schön alt ah ja doppelt käse sehr gut hier schon mal dein essen und dein getränk 104 dollar ja der schnapper des tages ok 151 dollar das war ja bei propos haben sie den ne ja da kriegen sie immer alles billiger und sie die sehen glücklich aus hier schon mal der kaffee der ist schon relativ alt aber macht nix das wissen sie ja nicht nur ich den zerlaufenden käse bei mir in der schachtel schon rum die können sie auch noch haben 152 dollar jeder knatterpreis die barbe cola für sie davon ein bisschen noch mal der schmelzkäse der auf ist ah ja hier schon mal das Patty haue ich ihn drauf ein bisschen warten ne danke sonst merkt man nämlich dass die bakterien noch drauf sind ähm Riesenkäse hey chill chill ja immer die Leute was gebraten haben wollen am wenigsten geduld jetzt hau ab hier mit deinem kaffee 150 dollar ja moin einfach nur ein Patty und ne cola ne ne fanda oder ein Wasser man weiß es nicht zack fettig hier drauf Abfahrt der nächste bitte was wollen sie hier den Patty alles klar ein Momentchen bitte machen das immer frisch für sie dankeschön der ketchup da noch ein burger und jetzt verpiss dich zack ja du siehst glücklich aus das können wir ändern hier ein kaffee von welchen stunden Patty haue ich hier drauf mein freund tomatoes ah da freut sich der kleine das ist doch hier kein problem was sie haben wollen also manchmal ist hier die klickbox äh katastrophe zack zack hier fertig das ist wirklich Abwechslung hoch 10 gerne 100 dollar dafür natürlich hier ein Wasser für 50 euro zack hau ab ein Ei kostet das ist halt einfach toll hier auf der Insel ja warte du schon wieder kriegst du dich lange zum Diabetes oder so ekelhaft oh warum was ist das hier ok ist das hier was kann ich damit machen das läuft hier wie am Fließband du hier den Kaffee ganz frisches Ding wirklich exklusiv gerade hergestellt das ist ja das ist schon Routine Leute das ist schon Routine man kennt es hau ab Kaffee fresh as fuck bitte bitte hier der Blood Burger kannst du auch haben juckt mich schon das Ohr lauf doch nicht so lange sag mir doch einfach was du haben willst ich mach das jetzt schon 9 Minuten warte mal ich will noch kurz herausfinden hier was war das denn ach dann geht die Zeit wieder zurück ok das ist mir egal wir haben keine Coins geil hätte echt bis 10.000 Dollar spielen müssen hier ich mach jetzt mal kurz die Karriere alles klar 4,5 Minuten ich kenn schon die Tricks Leute du willst doch hier einen Blood Burger haben oder ach ich kenn meine Kunden ich kenn sie tschüss auf Wiedersehen Blatt und Käse hier schon mal ein Essen warme Getränke hinterher 5 Gründen nach wir nehmen die Kohle zusammen wieder ein Blood Burger mit Käse der Karriere der Karriere Modus ist bestimmt jetzt so dass man in einer gewissen Zeit einfach nur ähm eine gewisse Summe an Geld sammeln muss und das war's ich bin der Top vorbereitet mir macht hier keiner was vor man sieht's mir auch an ich und ein Beach Restaurant bestes Leben bestes Leben ahja da bin ich in zwei Jahren nur einen anderen oh Gott das hat nicht geklappt beruhig beruhig ich kriegst jetzt alles oh Gott dein Twix Bruder ist wieder da umfassbar viele Models haben sie hier ich kriegst sogar das gleiche jetzt gleich haben wir die Kohle erreicht was ist das Smiley Dogs kein Problem ahja Mistick Sandfather das war's so warte so schnell geht das komm das nächste Level gucken wir uns auch mal direkt an oh Gott wie schlecht von mir amateurhaft willst du einen Paddy haben? Paddy? Paddy hier die Cola tschau 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 mach's gut hau rein Burger Paddy machen wir den fertig hier ein Hamburger oder anderes sehr gut möchtest du überhaupt noch Brot haben? hau rein Prinz Eisenherz schön dass du da warst jetzt davon nichts haben hallo ah 132 Dollar für ein Menü geil danke Paddy? ok mal kurz ein Ei und einen kalten Kaffee bitte komm warte hier nichts ich brauch Kohle ohne Ende ich will mir unbedingt was im Shop frei spielen kaufen so jetzt hau ab kein Bock hier die 80 Dollar Sekunden hier durch zu jagen das ist auch ein Paddy und einen kalten Kaffee sehr gut zack hier drauf und jetzt verpiss dich du willst auch ein Paddy ja Leute ich muss gleich schon wieder eine Kuh schlachten wenn es so weiter geht sehr angenehme Sounds sehr angenehme Sounds und jetzt hat er dabei kriegst du da für nen Burger? nein nur ein Getränk und jetzt hau ab hello lady Paddy mache ich Ihnen ausnahmsweise frisch den TK Paddy fertig ich habe gerade 10 Coins gesammelt pro Level 5 Coins dann oh Doppel XP kriegt man auch noch hier eine andere Kaffee Maschine oh mein Gott ein Bräter einen besseren ich würde oh mein Gott play music in your restaurant you nice custom pay more tips customers pay more wow wenn wir Blumen haben kriegen wir mehr Trinkgeld und ja auch stimmt wir haben gar keine Sitzplätze oh my goodness ja ich würde sagen das war Beach Restaurant war eine Erfahrung wert war eine Erfahrung wert ihr könnt das das ganze wird vermutlich sind das 80 Lens oder so? wenn ihr es wirklich liebt eine Beach Bar aufzumachen mit Burger zu verkaufen die untoblich teuer sind holt euch das Spiel habt damit viel Spaß vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe bis zum nächsten Mal machts gut haut rein bis zum nächsten Mal SDICK bei der anos click